Hallo und herzlich willkommen bei ARCA Europe. Heute zeige ich Ihnen ein ganz, ganz neues Fahrzeug. Das ist unser ARCA Smart Space. Diese Einheit ist in drei Größen erhältlich. Einmal natürlich S, M und L. Wie Sie hier klar erkennen können, befinden wir uns gerade im ARCA Smart Space der Größe L. Wir haben immer einen Innenraum von circa 33 Quadratmetern. Diesen generieren wir durch die zwei langen Slide-Outs. Eine weitere Besonderheit von dem Fahrzeug ist, dass es hydraulische Stempel hat. Das heißt, es nivelliert sich von alleine, sodass Sie immer eine schöne glatte Fläche hier drin haben. Es handelt sich hier nicht um ein Fahrzeug selbst, sondern um einen Hänger. Das heißt, dadurch sind Sie viel flexibler, können das Fahrzeug mit einem normalen Pkw ziehen und es innerhalb von einer sehr kurzen Zeit überall aufstellen. Ein weiterer wichtiger Aspekt ist, dass Sie selbst auswählen können, ob Sie eine verglasste Front haben möchten, auf einer Seite, auf zwei Seiten oder ob die Unit komplett geschlossen werden soll. Wie mit all unseren Fahrzeugen wollen wir natürlich Ihre Wünsche verwirklichen und machen alles individuell. Das heißt, Sie kommen mit Ihrer Idee zu uns, erzählen uns, was Sie innen haben möchten, was Sie für eine Konfiguration oder Ausstattung brauchen und wir realisieren das mit Ihnen zusammen. Wenn Sie an diesem Fahrzeug oder an anderen Fahrzeugen von ARCA Europe interessiert sind, besuchen Sie doch einfach unsere Website unter www.ark-europe.de.